Guten Morgen allerseits. So, Katja und Thorsten Krey von der Insel Usedom haben sie am Metal Palatin beteiligt. Für sie geht es heute los mit CC Top, gimme all your love in. Für mich geht es los, oder ging es los, erstmal mit Bremsbelag wechseln. Die Bremsen haben mich lautstark darauf aufmerksam gemacht, dass sie dringend Erwartung brauchen. Ansonsten alles gut, ich radel heute nach Wismar, hab wieder mal Rückenwind. Beste Voraussetzungen für einen geilen Tag. So long. Fast mystisch geht es heute weiter, nachdem es jetzt zwei Stunden geregnet hat und ich mich auf zwei, drei Kaffee untergesetzt habe. Ist jetzt eine super Stimmung. Es ist warm, total dunstig, aber traumhafter Weg. Macht Spaß. Noch fast 80 Kilometer. Uah. Drillner Heinz. Gut, ich halte mich ran und melde mich. Überragend schöner Radlweg heute. Definitiv. Bin leider ein wenig spät dran. Also ich denke sowieso, dass ich nicht von 19 Uhr in der Unterkunft bin. Von dem her fühle ich mich ein bisschen, immer ein bisschen gepusht. Sehr schade, weil es wäre wirklich traumhaft. Der Landadl, der zelebriert jetzt gleich an 16 Uhr drin. Und ich, die haben die 37 Kilometer zu fahren. Vielleicht stimmt doch was nicht, oder? Naja. Also mein Leben ist eines der härtesten, hundertprozentig. Ich habe übersehen, dass meine Unterkunft ein Garni-Hotel ist. Ich frage die Rezeptionsdame, ob ich denn was essen kann. Dann sagt sie, das nächste Gelegenheit ist auf der Insel Pöhl. Ich war ja schon froh, dass das noch in Deutschland ist. Naja, da bin ich hingegradelt. Sechs Kilometer und habe aber jetzt super dickes Freie Mittelteil. Und nehme jetzt einen Sundowner direkt am Hafen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017